Ja, und dann können wir doch gleich heute auch starten mit unserem JFD-Invest-Webinar hier zu unserer neuen, oder vielmehr, es ist ja schon ein Weilchen her, im letzten Jahr im Herbst starteten wir ja mit unserer Social-Miro-Trading-Plattform hier dem Copy Trading JFD-Invest. Es gibt vielerlei Begriffe dafür, aber warum JFD-Invest eben anders ist, warum JFD mit dem grundsätzlichen Motto Just Fair & Direct hier eben auch im Rahmen von Investments auf euch zukommt, darum soll es heute gehen. Ich möchte euch mal die Highlights der Woche zeigen, beziehungsweise ein Stück weit eben heranführen an die Thematik, die bislang wirklich noch nicht viele kennen, nämlich dass der Broker oder ein Broker generell eben auch hier die Option anbietet, seinen Tradern, seinen Händlern, mittlerweile auch seinen Investoren eben eine Möglichkeit zu geben, das Kapital, wie ich immer so schön sage, zu diversifizieren. Also hier praktisch aufzuteilen und wer gern selber handelt, definitiv tun und Erfahrungen sammeln und auch Rendite nach Möglichkeit erzeugen. Aber wer eben da Schwierigkeiten hat oder auch Zeitmangel oder eben zur Diversifikation schlichtweg da Alternativen sucht, der ist hier bei uns mit JFD-Invest Gold, Gold richtig. Das will ich euch heute ein Stück weit zeigen, neben den grundsätzlichen USPs, die JFD groß gemacht hat und weiter groß machen wird, findet ihr alles auf unserer Seite. Grundsätzlich ganz neu, das will ich euch noch zeigen, ist der kostenlose Aktienhandel. Erst in dieser Woche ganz frisch gelauncht für alle Marktteilnehmer, die auch Dividendenjäger sind, also hier auf Gewinnausschüttung der Aktiengesellschaften pochen oder eben auch Aktien gern mal traden. Die haben hier bei uns jetzt die Möglichkeit, tatsächlich das aus einer Plattform heraus mit Forex, auch mit Index-CFDs zu handeln und aber hier eben die Aktien zu Null gebühren. Das ist eine riesen Offerte, gar keine Frage, aber darum geht es, dass wir euch hier abholen wollen und eben hier auch dem Aktienmarkt, dem echten Aktienmarkt sozusagen bieten möchten, aus einer Plattform heraus eben. Schaut euch das an, ist definitiv ein riesen Gimmick, aber darum soll es heute gar nicht gehen, wenngleich Aktien natürlich als klassisches Investment immer wieder auch zu erwähnen sind. Gut, gehen wir aber darauf ein, worum es denn heute geht. JFD Invest, der Name ist Programm, wir sind Broker, wir leben von Tradern, aber wir wollen eben euch auch die Möglichkeit geben, hier an professionellen Systemen teilzuhaben. Und da gibt es eben hier schon viele Unterschiede, die ja eben am Orbit weniger bekannt sind bzw. auch weniger publiziert werden, denn es gibt natürlich schon seit einigen Jahren Social Trading Plattformen oder auch Copy Trading Systeme verschiedener Art und Weise. Aber grundsätzlich ist natürlich die Frage, inwiefern sind denn die Strategien getestet? Sind es Echtgeldstrategien? Ist es denn so, dass das auch mal geprüft wurde oder ist das ein Stück weit Haraké? Bei uns, liebe Leute, wir sind hier auch wieder transparent. Wir legen diese Systeme, die wir Ihnen hier anbieten, sozusagen aus gutem Gewissen auf, weil wir sie vorher eben auch testen. Und das sind sowohl Systeme aus unserer eigenen Vermögensverwaltung heraus, aber auch Systeme, die von Partnern kommen, die von Partnern eruiert sind, die bei uns hier historische Dreckrekorddaten aufweisen. Und diese Systeme sind zur Verfügung gestellt und die kann man sich ja in Form der digitalen Vermögensverwaltung, deren Portfolio Manager Sie selbst sind, praktisch auf Ihren Trading Account aufmünzen. Und das ist genau das, wo ich sage, dass natürlich eine riesen Erleichterung, eine riesen spannende Geschichte für jeden Marktteilnehmer, dass man praktisch nicht selbst abfeuern muss, sondern Systeme auswählt, die jener Risikotoleranz, und da muss man natürlich auch hier auf die Parameter schauen, sozusagen einem liegen oder eben einem auch nicht liegen. Das ist genau die Frage, wo man sagt, okay, wie risikoaffin bin ich denn? Vertrage ich größere Rückschläge oder bin ich eher wirklich spekulativ ausgerichtet oder scheue ich eher das Risiko und mag lieber konservative Renditen? All das finden Sie hier. Die Strategien sind im weiteren Wachstum begriffen. Das heißt, wir sind jetzt schon gut zweistellig und es werden auch mehr. Also Ziel wird schon so in die Richtung 20, 25 Strategien sein, aus denen Sie am Ende des Tages auswählen können. Das, wie gesagt, alles Echtgeldstrategien und ganz wichtig zu erwähnen, dass es eben hier darum geht, dass wir natürlich auch da einen Unterschied haben zu vielen anderen Systemen, weil nämlich Sie keine Abogebühren haben, keine monatlichen Kosten, keine fortlaufenden, gewinnschmälenden Modelle der Vergütung. Nein, bei uns gibt es rein eine Performance Fee, wie das in der Vermögensverwaltung üblich ist, nach High Water Mark. Das heißt, immer nur neue Höchststände werden berücksichtigt, wenn es eine Gewinnausschüttung gibt. Und hier ist es so, dass eben nur Gebühren in Anführungszeichen fällig werden, wenn auch Sie Gewinne machen. Ein Riesenthema. Ja, natürlich macht das Sinn, auch da praktisch die Trader und auch Systeme aus unserer Vermögensverwaltung raus, von den Partnern, damit natürlich dann auch ein Stück weit eine Motivation zu geben, gute Performance abzuleisten. Und wenn dann alle Follower entsprechend Rendite ebenso machen, dann kann man von diesen Gewinnen wohlbemerkt eine Performance-Gebühr abschöpfen, aber eben auch nur von diesen Gewinnen. Wie das genau funktioniert, ist auch bei uns ja erklärt. Sie sehen es hier, wenn ich mit dem Pfeil draufgehe, beziehungsweise mit dem Cursor vielmehr und dem Handzeichen, dann rutschen Sie ganz nach unten und dann finden Sie praktisch hier eine detaillierte Erklärung, wie das High Water Mark Prinzip funktioniert. So ist es. Hier auch weitere Erklärungen. Und bevor ich euch dann mal in die JFD Invest Plattform einführe, hier noch ein wichtiger Unterschied zu vielen anderen Social Trading Plattformen. Da steht nämlich hier zum Beispiel, wie führe ich eine Bulk Order aus? Was ist eine Bulk Order? Was ist das überhaupt? Man stellt sich die Frage zu selten, aber gerade beim Social Trading ist es eben so, dass viele Anbieter sozusagen ein Masterkonto haben, also der, der wo die Trades als erstes ausführt, der die Ideen liefert, die Handelssignale sozusagen. Und dann gibt es die Follower. Und da ist es in der Regel so, dass das natürlich dann Orders sind, die alle der Reihe nach ausgeführt werden. Der Master, der das erste Signal hat, handelt praktisch zu dem Preis, den er haben will. Und dann gibt es alles Reihenorders. Das heißt, die Orders werden Reihe für Reihe nach für nach abgearbeitet. Und dann kann es natürlich sein, wenn man Follower 125 zum Beispiel ist, dass man eine ganz andere Ausführung bekommt als der Master Trader oder der Follower Nummer 34, weil einfach der zeitliche Versatz da ist, weil eben alles reihenmäßig abgearbeitet wird. Bei der Bulk Execution bzw. Bulk Order, können Sie im Detail, wie gesagt, auch nochmal nachlesen, ist es so, dass Sie praktisch mit dieser Orderart eine Sammelausführung bekommen. Das heißt, der Master führt genauso zu dem Preis aus wie alle Follower. Es wird eine Bulk Execution, eine gesammelte Order an den Markt gebracht und die praktisch mit einem Ticket ausgeführt. Und auch das können Sie praktisch hier unten nachlesen. In aller Ruhe nehmen Sie ruhig mal die Zeit. Das dauert ja keine 20 Minuten, ja, aber da wird das System mal erklärt, wie solche Bulk Order, solche zusammengelegten Order-Großaufträge funktionieren. Das führt aber natürlich dann am Ende dazu, dass jeder die gleiche Ausführung hat. Wieder fair und transparent und keine Spielchen am Ende des Tages. Ganz, ganz wichtig. Okay, wenn ihr nun hier auf dieser Plattform seid, jetzt einfach mal weiter fortgeführt im Thema, wenn ihr euch sozusagen ein Stück weit hier eingelesen habt, dann ist es möglich, dass ihr auch ohne Registrierung und ohne Konto reinschauen könnt in die Plattform. Das machen wir gleich mal. Aber bevor wir das tun, ist natürlich der Weg des Ganzen mal kurz erklärt. Zunächst können Sie sich als Gast in das JFD Invest Universum einloggen. Es ist zu viel gesagt. Vielmehr können Sie dieses einsehen. Wenn Sie das dann in der Tiefe machen wollen, müssten Sie sich registrieren. Einfach mit den E-Mail-Daten, völlig simpel, registrieren sich mit einem JFD Invest Profil. Und wenn das gemacht wurde, sind Sie praktisch in dem JFD Invest Universum und können auf mehr Informationen zugreifen. Mal als Beispiel, bevor wir gleich zu den nächsten Schritten gehen. Hier sehen Sie ja die Strategieauswahl. Da können Sie praktisch hier den Namen lesen, die entsprechende Entwicklung. Und wenn wir hier auf Folgen gehen, dann wird aus dem Cursor hier schon wieder eine Hand. Und wenn wir draufklicken, gehen wir jetzt schon mal als Gast in die JFD Invest Plattform. Ups, da sind wir jetzt hier schon bei der hochspekulativen, schrägstrich hochdynamischen Strategie. Gar keine Frage, eine außerordentliche Entwicklung. Und hier als Gast sehen Sie oben links sozusagen ein theoretisches Bild. Das formiert sich um, wenn Sie sich registrieren. Dann haben Sie eine Avatar-Möglichkeit, schrägstrich sind dann mit Ihrem Account registriert, beziehungsweise mit Ihrem Namen und können dann eben auch noch weitere Details sozusagen abfragen, wie das, was Sie als Gast jetzt hier eh schon sehen. Verschiedene Details zum Account. Die Sprache können Sie übrigens dann auch in Deutsch einstellen. Ansonsten hier der Gastzugang erstmal in Englisch. Und hier sehen Sie auch Orders. Sie können sogar bei jeder einzelnen Strategie die laufenden Orders, die geschlossenen Orders sich anschauen und dergleichen. Allerdings müssen Sie dafür eingeloggt sein. Insofern völlig risikolos. Einfach mal schnuppern. Und wenn man ein Stück weit in die Tiefe will, dann sollte man sich eben doch einloggen. Und das geschieht dann eben genau mit dem Schritt, dass man sich registriert. Da haben Sie sozusagen Ihren Login und gehen in das JFD Invest Universum. Wenn es dann weitergeht, öffnen Sie ein Invest Konto. Und das ist ein kleiner Unterschied, den ich Ihnen an dieser Stelle auch nochmal nahe legen will. Denn JFD Invest ist ja praktisch ein Tool, wo professionelle Trader ihre Strategien anbieten. Das heißt, alle Subkonten und Follower haben in dem Zusammenhang auch professionelle Konten. Sie werden es vielleicht mitbekommen haben, zur Mitte des letzten Jahres im August, die ESMA-Regeln, die Hebelrestriktionen etc. Dass man sozusagen als klassischer Einsteiger im Handel jetzt nicht mehr mit den dreistelligen Hebeln agiert, sondern hier haben die Hebelrestriktionen stattgefunden. Bei JFD Invest ist es nunmehr so, dass Sie neben einem möglichen Live-Konto zum Traden eben hier ein Subkonto eröffnen müssen. Und das geht aber wirklich ganz, ganz leicht, indem Sie praktisch über MyJFD ein Subkonto eröffnen. Das geht dann auch direkt aus der Plattform heraus und Sie eröffnen praktisch ein zweites Handelskonto, was rein dem Investment dient. Hat den Hintergrund, dass dieses Konto einen hohen Hebel genießt, also praktisch unter dem professionellen Status läuft und auch dieses Konto natürlich am Ende des Tages nicht von Ihnen gehandelt werden kann. Das heißt, Sie können das Konto beschauen, Sie haben einen reinen View, Sie haben eine reine Beschaumöglichkeit, können aber keine Orders darin absetzen oder Stop-Kurse versetzen oder eben Einfluss nehmen. Hat natürlich den Hintergrund, dass gerade wenn man die Performance viel berechnet, am Ende des Tages natürlich auch hier die Systeme ins Kalkül nimmt, die natürlich auch offiziell handeln dürfen. Und wenn da jetzt man manuell da mit rumtradet oder da jetzt Einfluss nimmt, verfälscht das ja sämtliche Ergebnisse. Insofern ist das ein reines Investmentkonto, da wird Ihr Kapital geswitcht. Auch das können Sie per Mausklick im MyJFD Invest einfach veranlassen, praktisch neben Ihrem klassischen Account einen Invest-Account eröffnen, dann das Geld intern transferieren. Und dann haben Sie praktisch die Möglichkeit, hier mit einer Verknüpfung vom Investmentprofil Nummer 1 zu Ihrem Investmentkonto Nummer 2, dann sozusagen nach erfolgten Geldtransfer die bevorzugten Strategien auszuwählen. Ja, und da wie gesagt können wir Ihnen hier helfen, indem, dass wir, wenn wir jetzt auf Folgen gehen, als Gast sozusagen mal hier in den Zugang reinschnuppern, eben jetzt die Möglichkeit eben auch existiert, dass man sich registriert. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo meine Rack-Data sind und dann gehen wir direkt mal in unseren Echtgeld-Account rein, den wir letztes Jahr auch aufgelegt haben im Rahmen der Webinare, die wir sozusagen hier vollziehen. Hier sehen wir ja praktisch auch die Möglichkeit, dass man laufende Positionen sehen könnte. Das geht aber nicht, dazu muss man sich einloggen, klickt man im Prinzip hier drauf und dann kommt praktisch die Möglichkeit des Logins mit seinen Avatar-Daten. Hier kann man im Prinzip eben einen Gastzugang machen oder eben den Login starten, Schrägstrich, wenn man keins hat, dann hier einfach den Avatar anlegen mit einem Mausklick. Völlig easy, entsprechend Terms and Conditions akzeptieren und los geht's. Und wenn Sie das vollzogen haben, das Ganze können Sie auch hier schon dann in Deutsch umswitchen, damit das auch alles seine Fairness und Transparenz hat, wenn man der englischen Sprache da, sage ich mal, nicht ganz so hold ist. Leichte Umstellung möglich und dann geht's eben los, dass man sich mit dem Login sozusagen dann im JFD-Universum bewegen kann. Dann, so, jetzt gehe ich mal auf die Anmeldung wieder und melde mich jetzt mal hier spontan an mit unserem Account. Da zeige ich Ihnen auch mal, was möglich ist, denn wir haben ja, wie gesagt, letztes Jahr für die Webinare, ich und der Dr. Friedrich Kowski, unser Quantmanager, sozusagen ein 10.000 Euro Musterportfolio schon aufgelegt. Was jetzt hier auch mal gleich erscheint und wir sehen, es ist sehr ansehnlich unterwegs, wohlbemerkt. Seit September letzten Jahres haben wir hier eine Rendite von starken 34 Prozent und das haben wir eben erreicht, nicht durch eine Strategie, durch zwei Strategien, sondern durch einen Strategiemix, den wir hier gefahren haben und den Sie sich jetzt hier, jetzt sehen wir oben links, dass hier nicht mehr Gäst steht, sondern eben JFD-Invest, ein Live-Account, mit dem wir praktisch hier eine Diversifikation betrieben haben, nicht nur im Rahmen des generellen Geldes, sondern auch im Rahmen des Portfolio-Managements, wo hier wieder die digitale Vermögensverwaltung zum Tragen kommt. Jetzt machen wir das Ganze mal auf Deutsch, wie eben schon gesagt, wenn ihr registriert seid, kann man das Ganze eben auch sprachlich leichter sozusagen ändern und dann ist man dann hier sozusagen in dem Overview, Instrumententafel, sieht man praktisch den Account. Es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Konten sozusagen hier sich sozusagen im Rahmen einer weiteren Diversifikation anzulegen und aber eben hier dann am Markt entsprechend zu agieren. Und de facto ist es natürlich so, dass man sieht, wie die historische Entwicklung erstmal ist, zudem man hier, und da sage ich Ihnen auch gleich nochmal, wie es weitergeht mit den Strategiefinden, mit den Veränderungen, man aber unter dem Punkt Zuordnungen praktisch auch nochmal konkret sieht, wie ist denn das Portfolio aufgeteilt, wie ist denn das Portfolio bestückt, wie gewichtet sind denn einzelne Strategien und welche Strategien sind dann aktuell dabei. Und hier sieht man dann entsprechend die ganze Entwicklung, die Allokation, hier steht es ja auch schon praktisch der einzelnen Strategien und hier kann man sehr flexibel mit diesem Aktionsbutton verschiedene Veränderungen vornehmen. Man kann natürlich just in time, real time die Allokation stoppen, man kann alle Trades beenden, man kann hier die Zuweisung bearbeiten, also die Gewichtung im Fond, im Basket sozusagen verändern und dann letztlich hier das Portfolio neu aufbauen, je nachdem, was man für Risiko-Aversion eben hat. Und das ist wie gesagt hier in dem Zuordnungsbutton relativ leicht umzusetzen, neben dem Tortendiagramm der schönen Aufschlüsselung sehen wir, dass wir hier die Galileo-Strategie relativ stark gewichtet haben mit stolzen 40%, ist aber auch natürlich eine Strategie, lasst uns kurz hier auf den View gehen, die sehr, sehr stark daherkommt. Natürlich auch eine Schwankung beinhaltet, aber eben auch wirklich durch Rendite performt und das ist natürlich auch ein Punkt, warum sich unser Investment, so will ich es mal vielmehr sagen, eben auch außerordentlich gut entwickelt hat in der Vergangenheit. Nun denn, wenn Sie frisch hier sind, haben Ihren Account sozusagen angelegt, sich registriert und jetzt auch noch nicht mal die Verknüpfung hergestellt, das sollte aber im Anschluss folgen, dass Sie praktisch mit einem Account sozusagen starten, der dann dem Zwecke dient, dass Sie das Kapital, Schrägstrich, das Kapital verwalten lassen, sozusagen die Zuordnung bestimmen. Das heißt, hier brauchen Sie natürlich eine Mindesteinlage von 500 Euro, es macht aber Sinn, hier aufgrund der mehreren Strategien, ja, nicht unbedingt nur 500 Euro zu wählen, weil zum Beispiel die unteren Strategien sind alles solche Strategien, die bereits ab 500 Euro investierbar sind. Nun, dann ist man in der einen Strategie drin und gehen wir dann eben beispielsweise mal hier auf die Goldmine, da wird praktisch dann die Strategie entsprechend aufgerufen. Dann sehen wir praktisch den Load, die Strategieentwicklung und wir sehen auch, dass es hier gerade Anfang Dezember, jetzt müssen wir nochmal hochscrollen, einen kleinen Rückschlag gab, in Anführungszeichen klein, der war schon relativ deutlich, der Drawdown. Und da gab es eben den Tiefschlag, der die Strategie sozusagen, ja, doch schon relativ weit zurückgeführt hat. Und wenn man hier keine Diversifikation hat, eben nur mit einer Strategie zu Gang ist, kann man natürlich hier auch auf dem richtigen Pfad unterwegs sein, je nachdem, wie die Strategie in der jüngsten Zeit lief. Aber es kann natürlich auch sein, dass es mal eine Schwächephase gibt und gerade wenn man hier diversifiziert, mehrere Strategien nimmt mit unterschiedlichen Ausrichtungen, ist es natürlich von Vorteil, dass man da eben auch die Kapitalkurve entsprechend klettet. Es gibt aber hier, jetzt sind wir eben in der Strategie Goldmine direkt drin, die Möglichkeit hier neben der Zusammenfassung über die Strategie selbst, hier auf die Angaben zu gehen. Und da sieht man, welche Mindestanforderungen sozusagen an die Strategie gestellt werden, um diese oder um in diese zu investieren. Also das ist eben eine 500-Euro-Strategie, wie die meisten unteren in dem Fall, also die konservativeren Strategien, haben eher die Minimumanlage-Summe von 500 Euro. Das ist ja auch die Accountgröße, die Sie hier bei uns, wenn Sie auch einen Trading-Account eröffnen wollen, beziehungsweise schon haben, ja mindestens einzahlen müssen, um sozusagen das Ganze aktiv zu gestalten. Aber 500 Euro ist eben auch ein Kapitalstock, mit dem sich jetzt nicht arbeiten lässt. Besser sind schon 5.000, noch besser sind 10.000, nach oben kein Limit. Je mehr man natürlich hat, desto besser kann man streuen. Und da kann man, wie gesagt, zur Strategie eben verschiedene Angaben sich aufrufen. Gehen wir nochmal kurz jetzt auf eine andere Strategie, zum Beispiel die Archimedes. Klingen wir auf diese Strategie. Da kommen auch hier praktisch die entsprechenden Strategiedaten und die Strategieentwicklung. Sehen wir, die läuft relativ smooth seitwärts, aber immer wieder auch mit kleinen Rendite-Kicks. Angaben, Minimum-Investment schon mal 3.000 Euro. Das heißt, wenn Sie natürlich hier mit einem 500-Euro-Account unterwegs sind, wird das nichts werden. Dann müssten Sie zwangsläufig mindestens 3.000 Euro Kapital vorhalten. Schräg steht bei 5.000 Euro oder 10.000 können Sie natürlich hier dann mit diesen Strategien auch spielen, arbeiten, diese aufteilen. Und darum geht es ja am Ende des Tages, dass man hier mit diesen Strategien ein Stück weit eben Portfolio-Management betreibt. Aber ohne dann, wenn man dann die Strategien ausgewählt hat, eben jedes Mal selber den Button drücken zu müssen. Nein, hier sind Sie eben der, der die Strategien festlegt und der Handel erfolgt automatisch. Das ist auch eine Geschichte, wo ich sage, da müssen Sie nicht jeden Tag drauf schauen. Es reicht, wenn man dann hier einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder mindestens einmal im Monat mal schaut und vielleicht auch Strategien raus und rein nimmt und eben schaut, was wir für neue Strategien gelauncht haben, um vielleicht hier einfach das Portfolio mal wieder ein bisschen aufzumischen. Aber grundsätzlich haben Sie hier, wie gesagt, ein Overview über die monatliche Entwicklung, über die totale Entwicklung. Hier auch verschiedene, ja, unter Risk- und Money-Management-Gesichtspunkten Parameter, die den einen oder anderen Strategen auch interessieren. Und hier auch wichtig immer, ja, auf die Volatilität zu achten. Die Strategien sind natürlich verhältnismäßig von ihrer Renditeentwicklung einerseits in einer gewissen Abhängigkeit oder Unabhängigkeit zu sehen, andererseits natürlich auch von dem Rückschlags- und Renditefaktor. Das heißt, man sollte sich hier wirklich mal die Zeit nehmen und ein Stück weit in die Strategien reinschauen. Und wenn man dann den Overview hat, gibt es eben hier auf der rechten Seite die Möglichkeit, hier sehen Sie ja schon, dass wir die entsprechenden Strategien schon bestückt haben in unserem Portfolio. Man kann mit einem Klick die Investition stoppen. Wenn man hier draufklickt, wird man nochmal gefragt, will man es denn wirklich machen? Sobald Sie aufhören, in diesen Fonds zu investieren, wäre eben hier dann praktisch der Fonds getrennt. Da ist auch nochmal die Strategie selber. Muss man nicht machen, wollen wir nicht machen, weil läuft ja auch im Prinzip ganz gut. Aber wenn Sie eben zum Beispiel jetzt in eine neue Strategie anlegen wollen, dann hier in einem Fonds anlegen, also in Ihrem Basketfonds sozusagen. Und da könnten Sie jetzt festlegen, wie viel Euro Sie dem Ganzen zuteilen wollen. Jetzt sehen wir hier, das ist eine 3.000-Euro-Strategie, wird schon schwierig. Wir haben gar nicht mehr so viel Kapital zur Verfügung. Gehen wir mal hier auf die Euro Dream. Aber auch hier sehen wir jetzt spannenderweise, dass wir natürlich nur noch 224 Euro zur Verfügung stehendes Kapital haben. Und der zuteilende Betrag eben mindestens 500 ist. Sie können diesen Betrag aber auch verändern. Wenn wir jetzt mehr hätten als verfügbares Kapital, kann man hier die Zuteilung einerseits für das erste Investment, andererseits auch während des laufenden Investments jederzeit verschieben, um dann praktisch hier die Strategie unterschiedlich zu gewichten. Das sind ja immer nur die Mindestanlagen, die man hier als Start-Button sozusagen sieht. 3.000 bei der einen, bei der anderen Strategie 1.500 Euro, bei dieser zum Beispiel 500. So, und da ist es dann so, dass man hier im Prinzip den zuteilenden Betrag sehr leicht erklärt festlegt. Standard oder man steigert ihn, je nachdem, wie groß das Guthaben ist. Und dann kann man hier noch einen Risikomanagement-Button betätigen, der sozusagen selber festlegt, also hier praktisch, wann die Strategie stoppt. Hier muss auch jeder wissen, ob er da Einfluss nimmt. Das heißt, die Money-Manager dieser einzelnen Strategien haben ja ihre Risikoparameter, haben die Mindestanlagesumme, die vorgeschlagen wird und natürlich auch ihre entsprechenden Systeme, wenn der Stopp erfolgt. Sie sehen auch zum Beispiel bei dieser Strategie gab es hier wirklich seit Dezember Rückschläge, nicht wirklich die stärkste Strategie. Gerade schauen wir nochmal an auf die Parameter, 9,6 ist jetzt nicht unbedingt das schlechteste Ergebnis. Ja, da muss man ja sagen, auf dem Zinsmarkt gibt es gar nichts. Aber es ist natürlich trotzdem hier im Rahmen dessen, dass es ja bis November ganz gut aussah. Im Dezember gab es Rückschläge, im Januar gab es Rückschläge, ist die Strategie ein bisschen unter die Räder gekommen. Und insofern ist es natürlich hier auch etwas, dass es natürlich keine Einbahnstraßen an den Märkten gibt und man das entsprechend immer wieder berücksichtigen muss. Das heißt, Sicherungssysteme sind eh von den Portfolio-Managern da und man wird nicht jeden Monat zwangsläufig gewinnen können. Das weiß jeder, der am Markt schon lang genug agiert. Dass es immer wieder Up- und Downs gibt, Seitwärtsphasen, Drawdowns, also Verlustphasen, idealerweise überwiegen natürlich hier langfristig die positiven Ergebnisse. Aber wenn man eben in einem Fonds anlegen will oder praktisch die Strategie zuordnen will, dann kann man selber noch mit diesem Risikomanagement-Button die Strategie sozusagen oder besser gesagt den Stopp sozusagen festlegen. Also ab wann, also beziehungsweise ab wie viel Verlust die Strategie automatisch stoppt. Das heißt, Sie haben hier sozusagen nochmal als Riskmanager die Möglichkeit, über Ihre zum Beispiel jetzt 500 Euro investiertes Kapital, gehen wir hier auf 50 Prozent, das heißt, bei 250 Euro Minus würde die Strategie automatisch stoppen. Das heißt, Sie können hier tatsächlich noch ein Stück weit Risikomanagement betreiben. Ob man es macht, muss jeder selbst wissen, aber man kann es im Prinzip hier sozusagen dann noch ein Stück weit hochtreiben im Rahmen der Überwachung und auch der Risikobestimmung, der Risikoeinflussnahme, um eben die Risikoparameter noch ein Stück weit zu justieren. Hier gebe ich aber den Tipp, gerade bei Strategien, die hochvolatil sind, beispielsweise, schauen wir nochmal einfach hier drauf, die Strategien haben ja hier deutlich zweistellige Volatilitätsphasen, das heißt, da ging es ins Minus in diese Richtung. Das heißt, mal minus 20 Prozent muss man durchaus mal ausstehen können und wenn man dann aber hier das Risikomanagement bei diesem Button, bei einer höheren oder spekulativeren Strategie zum Beispiel dann eben auf, ich sage mal, 30 Prozent des Kapitals legt oder 25 Prozent oder 35 Prozent, und dann hat die Strategie eben mal einen zwischenzeitlichen Rückschlag im Bereich von wirklich starken 20 Prozent, dann ist man hier draußen aus der Strategie und hätte man das Geld eben weiter verwalten lassen nach dem Money-Management, Money-Managerin, Money-Managern so rum, dann wäre es am Ende des Tages sicherlich langfristig auch wieder zu einer positiven Entwicklung gekommen. Das heißt, man muss das ja auch hier ein Stück weit arbeiten lassen, das Geld. Sehen Sie das wirklich als Investment? Das ist eine Geschichte, wo man das Geld auf 12, 18, 24, 36 Monate plus anlegt, gern auf Monatsbasis auch Strategien austauscht, aber eben hier durchaus mehrere Strategien auswählt, um eben so eine Verteilung herbeizuführen, wie wir das gemacht haben in unserem Muster, also in unserem Beispielportfolio, Muster ist immer der falsche Ausdruck, aber da haben wir im Prinzip den schönen Strategiemix und so sollte es auch aufgebaut sein. Man kann natürlich seine komplette Summe von 10, 11, 15.000 Euro oder 5.000 Euro in eine Strategie stecken, aber da ist eben die Abhängigkeit relativ groß und da ist sicherlich auch hier am Ende des Tages die doch ansehnliche Renditeentwicklung unseres Musterportfolios, also unser Beispielportfolios hier, was dann eben konkret das erste Mal investiert hat, Ende September, eben dann doch schon ein anderer Mix. Das heißt, Sie sehen es sehr geradlinig, Sie sehen aber auch Schwächephasen, da haben eben die Strategien mit größerer Gewichtung tatsächlich auch mal Verlustmonate erlitten und das ist eben a part of the game. Das heißt, man muss natürlich damit leben und auch damit klarkommen, dass solche Strategien Rücksetzer Verlustphasen haben, völlig klar. Okay, dann meine lieben Leute, werden wir im Prinzip in dieser Beschau zu JFT Invest durch. Wir haben diese Woche keine neuen Strategien gelauncht, sonst hätte ich Ihnen die auch gern mal gezeigt. Wir hatten in dieser Woche hier die eher nüchteren Strategien als Top-Reformer. Sie sehen es, Sie haben es auch in der E-Mail gekriegt, wenn Sie da registriert sind, machen wir praktisch immer die drei Top-Reformer. Da war neulich auch Galileo mit plus 18% mal am Start in einer Woche eben eine hochspekulative Strategie. Hier sehen Sie aber praktisch den Overview der, ja ich will es mal so sagen, letztwöchigen Top-Reformer und schau uns das an, das ist eine Rendite, die in einer Woche gemacht wurde und das ist doch wirklich ansehnlich. Natürlich ist das keine Schablone nach dem Motto, es wird jetzt jede Woche solche Renditen geben. Da werden wir irgendwann reicher als die Europäische Zentralbank im Geldvolumen. Das ist gar keine Frage. Aber Sie sehen ja auch selbst beim Overview hier auf der Startseite, dass es im Prinzip Möglichkeiten gibt, auch sein Geld wirklich spekulativ arbeiten zu lassen. Das ist immer der Punkt, wo man auch sagt, klar ist es spekulativ, ups, jetzt muss ich das mal hier durchklickern, wir haben aber natürlich immer den Riskinweis, den Haftungsausschluss, dass jeder von euch natürlich selbst Entscheidung treffen muss, ob er sich dem Risiko bewusst ist, dem er sich hier aussetzt. Und es ist keine Einbahnstraße, es ist ein hochspekulativer Markt und wir fordern Sie jetzt hier auch nicht auf, zwanghaft Geld anzulegen in die höchst spekulativen Anlagevehikel. Sie sollten aber darüber nachdenken, ob Sie Ihr Geld diversifizieren wollen und wenn Sie das möchten, dann holen Sie sich doch einfach mal hier ein Rat, Schrägstrich Anregungen, wie man es machen kann und da bietet Ihnen, wie gesagt, JFD Invest hier eine hervorragende Bühne. Jetzt will ich hoffen, ich konnte Ihnen an dieser Stelle ein Stück weit Einblicke geben in die Funktionalität, in die Vorteile, in die Möglichkeit, Ihnen hier auch ein wirkliches Benefit zu geben, eben Zeitersparnis, trotzdem am Markt aktiv sein, selber aber auch Einfluss nehmen können, all das bietet JFD Invest. Und insofern würde ich mich freuen, wenn Sie sich dafür entscheiden, uns zu testen. Ganz zum Schluss, es sind nur Live-Konten möglich, genauso wie diese Performance-Konten, Schrägstrich die Muster-Konten hier, alles Live-Konten sind. Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, per Demo das mal zu testen. Per Demo können Sie einfach in den Gastzugang schauen und sich da sozusagen einen Überblick verschaffen. Ansonsten wagen Sie es ruhig. Wir haben hier wirklich starke Zuwächse. Es findet immer mehr und mehr Anklang und das ist auch genau unser Ziel, denn wir wollen Erfolg für Anleger, für Trader, für alle, die bei uns sind. Und insofern sind Sie herzlich willkommen und ich würde mich freuen, wenn wir Sie hier abholen. Wenn Sie noch Fragen haben, unser Support 24.5 erreichbar. Schreiben Sie gerne E-Mails. Sie können aber auch jederzeit mit uns chatten oder eben sich an uns wenden. Hier können Sie, wie gesagt, jederzeit auf uns zukommen. Sie sind willkommen. Schreiben Sie unsere Support-E-Mail-Adresse, rufen Sie an oder gehen Sie in den Chat. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie uns sozusagen beehren. Abschlussfrage von Dirk an der Stelle. Dirk, jawohl. Gibt es eine steuerfähige Beschäftigung? Generell für Trader, Schrägstrich für alle Investoren an dieser Stelle, ja. Wir fordern, oder besser gesagt, wir erstellen auf Anforderungen immer wieder Reports, die hier für das deutsche Finanzamt auch zuträglich sind. Das heißt, es wird der Gewinn und Verlust dargestellt. Es werden auch die Trades aufgeführt. Und insofern gibt es da sogar Stempeldokumenten noch dazu, wo Sie dann wirklich auf der sicheren Seite sind, wenn es denn darum geht, hier den Nachweis zu erbringen. Allerdings ist das eine Anfrage, die Sie sozusagen über uns laufen lassen müssen. Und dann bekommen Sie das Ganze in einer PDF-Datei zugeschickt. Gerne auch im Original, falls es notwendig sein sollte. So dann, Dirk, gern geschehen. An der Stelle keine weiteren Fragen. Dann hoffe ich, ich konnte euch abholen. Wünsche allen Teilnehmern an dieser Stelle ein schönes Wochenende vorab. Hat mich gefreut, dass wir wieder eine gute Runde waren. Und in dem Zusammenhang, ja, kommt gut ins Wochenende. Es bleibt dabei. Ich freue mich, wenn wir euch als Kunde begrüßen dürfen und auch als Kundin natürlich. Und insofern auf bald. Beste Grüße, euer Chris Kämmerer. Und Tschüss.